hallo leute wir sind hier im deformierten labyrinth und zwar hier in der nähe vom der flüsterten baum portal einfach herunter rennen und hier befindet sich unser 31 das schreien von der live einfach hingehen euch die punkte nehmen und damit danke ich mich wir sehen uns im nächsten video